Spiel mal halt beide Chariterien, ich würd' sagen, ist egal. Ähm, ja, und er hat halt gemeint, ähm, dass wir halt jetzt uns wieder hergestellt haben und er ist nicht erfreut, den zu sehen überhaupt. Ähm, was hab ich jetzt hier? Und ja, und jetzt müssen sie die Tochter befeilen und jetzt werden wir mal schauen, was uns erwartet jetzt wieder macht. Ja, für einen Stauz. Ja, ich kann nur sagen. Du gehst in meinem Haus und versuchen mir zu erzählen, wie zu gehen meine Leben. Das funktioniert nicht so, amigo. Es ist schön, dass dich zu sehen, aber... Du stinkst wie Piss, du hast Blut unter deinen Nählen, und du hast, wie du bist, für was? Eine Woche? Wo bist du denn für mich? Ich bin jemanden, der kennt dich, du scheiße Scheiße. Ich weiß, als ich dir, du einfach nach Hause gehst. Oh, Gott. Du einfach nach Hause gehst. Wir werden deine Frau aus diesen Scheiße gehst. Du bist nicht abhängigst, wie du mit mir und Brad hast. Ja, Brad. Der Schöne ist doch nicht abhängigst, wie du bist. Der Schöne ist doch nicht abhängigst, wie du bist. Der Schöne ist noch nicht abhängigst, wie du bist. Der Schöne ist noch immer zu mir aus der Schöne, du wissen. Wirklich? Ja. Okay. So, wie hast du dich? Oh, ich bin bei. Oh, ich bin bei. Außer von der Schöne ist und Herz, natürlich. Wir leben in Los Santos? Ein paar Stunden weg. Okay. So, woher? Sandy Shores. Das Alamo Sea. Ah, hier ist es schön, da. Das ist fucking schön. Ich meine, wir haben nicht die Tennis Quarts, die Golf Links, und die Plastik, die wir hier benutzen haben. Aber, du weißt, das wird es tun. Ja, du weißt, ich würde dich fragen, aber... Ja, keine Ahnung. Okay? Ich habe irgendwo, um zu crashen, während wir Dinge ausarbeiten. Mit aktuellen Freunden. Wir haben Dinge ausarbeiten. Ja, Herr. Also, es ging gerade darum, die haben sich gerade nochmal unterhalten über die alten Zeiten. Dass er halt das alles toll fanden, und dass sie sich halt lange nicht gesehen haben. Und er dachte halt auch, dass er tot wäre, oder so. Aber, weil er wäre, ist das nicht so. Und er will halt gerne in der alten Zeiten wieder anschließen, den wir jetzt gerade spielen. Michael, Michael, also Michael im Deutschen, ist es halt nicht ganz so recht, weil er eine Familie hat und so. Und trotzdem ist er bereit, denen zu helfen. Und er will halt außerdem... Ja, ich warte. Also, er will halt außerdem auch... Ähm, ich warte mal kurz jetzt hier. Wir müssen es übersetzen. Er will außerdem auch, dass er halt, dass alles wieder viel früher wird und so. Und Michael ist halt dagegen, wie ich schon gesagt habe. Er hat eine Familie gegründet. Und ja, aber trotzdem ist er da relativ, eigentlich doch relativ offen dafür. Und sagt sich, hey, warum nicht? Und jetzt wollen sie halt die Tochter befreien. Und ja, wir haben dann schon einmal was weiter passiert. Okay, los geht's. Let's go! Find your baby! You can't park there! Produktion vehicle's only! Don't do it! Gehen wir das mal rein. Come on, you dipshit! Ah, that host, man. He's like any closeted TV presenter. Bitter ass fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta! Fuck! Screw this! Where the fuck's Laszlo? Woah- над seven aucune denkaras they são! This no one matters. Whatever the pornografie would be something you'll ever do. Yay! Thank you! That was really cool, Sorry! It's the Audition! Fame Or Shame season 14 in Vinewood San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta! Judges! Tracy DeSanta! Yes! Hi! Alright, Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Very San Andreas. What are you guys doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one. Alright, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night. Hahaha. Oh, it's going to happen. That's going to happen with another school. Yeah. You wouldn't even talk to me. Jake, what your daddy's gave you, honey. I'm so crazy. And that was the top of 20 of this. Oh. Fucking something about this. Alright, that's enough. Oh, oh, I said that's enough. Hey, I got security. Security! What'd you fucking say? Come on, guys. Come on, come on. Come on. Haha. Haha, I skipped through that for the club, huh? You little shit. Haha, that's really great to watch. Right now, Tracy. Come back here. Bäh... Ich bin grad' nicht so schnell. Wartet auf mich. Häh... Wir nehmen da leur Truck. Get in da Truck, Michael! Oh, vomSSR! So, ich bin grad' nicht so schnell. Wollen wir den Truck! Oh, my goodness! Oh my goodness! Ich bin grad' nicht so schnell! Hey! an okay wir fahren los ein Dorf auch bei der Gegend und die Schnauze erweitert für die Räume das war mit dem Tag also ich hier rauskommen Alton ich habe keine Ahnung aber ich sehe die Straße die Karte getreten die Räume Jetzt wollen wir den Stopp mit einem schwarzen Hupen. Aha. Besser. Jetzt sind wir schon schneller unterwegs. Jetzt mach mal den platt, Kollege! Hoho! Ich hab heute den LKW. Ich mache alles platt. Oh. Halt den Schein! Entschuldigung! Hier! Ah, Panik! Ah, der kleine Bastert hat über den Traintrag. Wir können ein bisschen Spaß machen. Aber wir versuchen nicht, diesen Mann zu töten, okay? Ich knall den Reifen mit, Alter. Scheiße. Stehen geblieben. Keine Ahnung, mich nicht überhaupt verletzt, aber Scheiben sind schon mal kaputt. Alter. Gehst du da hin? Da ist der rote Auto. Alter, ich glaube, das bleibt mir nur so. Entschuldigung. Stehen geblieben. Er soll stehen bleiben jetzt, zum Gottesnamen, Alter. Hier muss ich den halt ran. Macht euch außen weg. Was? Alter. Der hat's drauf. Ich kriege den nicht. Der hat's zu schnell. So, jetzt hin. Hä? So, jetzt knall ich ihn ab. Ich will ihn töten. Die Autos sind ziemlich verschlossen. Ich meine nichts über ihn, okay? Oh, ja? Well, diese kleine Frau satte auf meinem Lauf, als sie 20 Jahre alt war. Und ich schwörte Gott, dass ich die verdammte Haut auf jeden, wo fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. All right. What are you doing? Now, I want you to dance sexy, celebrity.